Heute sind wir mit Rhön Barrierefrei und zwei Vorsatzrädern in Bad Neustadt an der Saale unterwegs. Zusammen wollen wir am 20. Juli am Ironman teilnehmen und so ein Zeichen für Inklusion und Barrierefreiheit setzen. Meldet euch an und zeigt was Rollis drauf haben oder trefft uns bei der After Run Party zur Probefahrt mit dem Fosara. Lauf 3 und 4 ist für Rollstuhlfahrer geeignet und größtenteils asphaltiert oder in kurzen Stücken geschottert oder fein gepflastert. Mehrere Informationen gibt es unter www.ironman.de Dabei sein ist alles!